Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Buntmöhren 1,29 Euro, Chrysanthemenbusch 4,99 Euro, Bio-Mini-Roma-Tomaten 1,49 Euro, 2 kg Speisekartoffeln 2,49 Euro, 1 kg Zucchini 1,49 Euro, Pastetenaufschnitt 1,29 Euro, Pommersche-Leberwurst 1,59 Euro, Fleischkäse 1,19 Euro, Sensational-Hack 2,49 Euro, Hüftsteak 1,99 Euro, Kasseler Lachsbraten 5,99 Euro, Schnitzelbraten 5,99 Euro, Blockhausrinder-Rumpsteak 7,99 Euro, Landliebe Käsescheiben 1,49 Euro, Hirtenkäse 1,59 Euro, Rama Original oder Balance 1,29 Euro, Geramont Original oder Lesnack 2,22 Euro, Hähnchenbrustfilet 4,79 Euro, Meika Curryking 3,49 Euro, Gutfleischbrühwurstaufschnitt 99 Cent, Bio-Salami 1,99 Euro, Almondi-Mandeltorte 4,29 Euro, Langne-Sheck-Remissimo-Eis 1,79 Euro, Follow-Food Bio-Lachsfilet 6,99 Euro, Iglo-Rahm-Gemüse oder Gemüseideen 2,22 Euro, 12 x 1 Liter haltbare Vollmilch 9,99 Euro, Innocent Direktsaft 2,29 Euro, Danone-Ectivia 1,69 Euro, Milram-Kakao-Drink 99 Cent. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!